Über die Lage von Deutschland. Also, grüß Gott. Ich muss so eine Tochter, meine Rente machen. Verstehst du? Jetzt warte mal fünf Sekunden. Ja, ich muss jetzt so tun, wirklich. Jetzt warte mal fünf Sekunden, wie gesagt, fünf Sekunden. Was hältst du von Deutschland? Das Beste auf der Welt ist Deutschland. Das ist ein richtiger Grattler. Du, das hat mein Übelzahlung. Wer? Ja, deine Freunde. Meine Freunde. Und deine Freundin auch. Ich hab gesagt, du gehst da mal einsperrt. Das ist der größte Grattler, man anfängt.